Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute reagieren wir auf YouTube-Kacke, die Föderation schlägt zurück. Pepper Wutze, goodbye Deutschland. Ah ne, goodbye YouTube-Kacke. Ja, gucken wir mal rein. Pipapuff. Grüße gehen raus, lieber Pipapuff. Oh. Welcher Trend wird das wohl sein? Pepper, Pip. Der Weltraum. Der Weltraum. Wir haben soeben eine Nachricht von der Flotte erhalten. Pepper Wutze, Videos überschwemmen YouTube. Also ist es halt wirklich. Die Raumflottenfrequenz 1486 auf Audio. Hi, Sir. Postman bestätigt. Die Pfeil. Ich bin Pepper Wutze. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutze. Und das ist Papa Wutze. Wie bescheuert ist denn das? Wie bescheuert ist denn das? Pennymarkt. Pepper und Schorsch gehen beim Penny einkaufen. Beim Penny? Ich bin im Käpt'n zur See. Hi, hi, hi. Und habe... Schau, Patent... Wie war's nochmal? Patent A, B, C oder so? Patent A, B, C. Hey, ich bin die sechs. Ich fahre die großen Pferde. Ich fahre die Nelte. Aua. Er ist krassbar an Charakter. Mama, können wir vielleicht was basteln? Können wir vielleicht was zasteln? Wie bescheuert ist denn das? Ich empfange Fluktuationen im Energienetz. Auf den Schirm. Und eine Regenbogen schaust. Nummer eins, öffnen Sie einen Kanal an die Flotte. Kanal offen, Sir. Hallo. Hier ist Käpt'n Picard von der Enterprise. Ich übernehme das Kommando der Flotte. Hallo. Hallo. Richten Sie all Ihre Wacken auf die folgenden Koordinaten. Feuer auf mein Kommando. Also, wer das jetzt hier beinten, der würde jetzt, ähm... Wenn er das hören würde, würde der alle Atombomben bereit machen und drauf schießen, ne? Äh... Sir? Die von Ihnen angegebenen Koordinaten enthalten anscheinend kein vitales System. Vertrauen Sie mir, Data. Die Flotte hat reagiert. Sie hält sich bereit. Per Taubus. Feuer. So. Oh. Das ist ja, das ist hier nicht Regenbogenschau, sondern Löwenzaun, ne? Für viele, die, 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 die Regenbogenschau nicht kennen, googelt einfach mal nach ihm. Oder auch nicht. Mama, Sie greifen uns und herrschen uns an. Achtung, fertig, los. Oh, Alter. Da hat er sich gerade noch zusammengerissen, ne? Oder auch nicht. Wie ist der Zustand? Er zeigt sehr schwere Schäden an der euteren Hülle. Feuer. Hey, das war es aber noch nie, oder? Ja, gut. Kuckuck. Guckt, da drin tut sich schon was. Euer Turnlehrer für heute ist Opie Mümmel Wo ist er? Hallo, Kinder Seid ihr bereit für das Training? Frauen haben dabei keine Chance Entschuldigung, was haben sie gesagt? Ich will nur mit dem Auge fassen Ey, ich habe das leider null verstanden Ich kann leider kein Marzianisch Warte mal Ich will nur mit dem Auge fassen Ich möchte kein Ich verstehe keinen Wort Achtung, fertig, los Los Sos Okay Also, was ist auf dem Tisch? Okay Boah, fantastisch Achtung, fertig No, 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 no No, 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 no No, no, no NOS Der große, blaue Papierflieger fliegt sehr hoch und sehr hoch. Häuser. Ey, übelst geil gemacht. Richtig, 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 richtig gut gemacht. Und, ähm, ja, damit, ähm, ja, ist Pepper Woods tot, ne? Gibt's keine Folgen mehr. Eigentlich dürfte danach keine Folge, also keine YouTube-Kacke mehr zu Pepper Woods entstehen. Weil, gibt's nicht mehr. Wurde ja, äh, vernichtet, ne? Also ist er weg. Und, äh, wir wissen, er hat Patent A, B und C, der immer vor Penny steht. Er fährt immer die Größen, die Gro, ne, wie sagt er, die Größen-Pette. Und, ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss. Bis dann, äh, bis bis jetzt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.